User joined your channel Meine Stimme ist schon weg Digga, es gibt neue Packs Echt? Mach meinen Sitz auf Okay Rook? Hast du sein Headgear? Nein Ah fuck Alter, geil LOL Twitch sieht ja richtig cool aus Ich brauch die Skill Digga, Twitch Headgear war mein letztes Pack, was ich aufgemacht habe Ich bin fast explodiert, als ich das gesehen habe Marvin, ich brauch das Ich weiß, ich auch, deswegen Das war mein letztes Pack Ich hab mich fast eingeschissen Mach die jetzt auf Geil, Digga Ich probiere das nochmal Acht Okay Ich öffne ein Blau Spuren Scheiße, Alter Ich hab's jetzt gefash Sie ist richtig stoned aus Boah, Junge, das wollte ich unbedingt haben Junge, sie ist einfach stoned aus War das die grüne Augen? Sieht doch nicht Okay, mach weiter auf die Scheiße, Alter Nein Ich hab ne Gold-Dublone bekommen, ey Ja, man, die hab ich auch Aber die kaputte Gold-Dublone Na, Heile gibt's ja schon Legendary Ja, für Kavara Headgear Udo, Bandana Loll Das sieht cool aus Loll, ich hab für Ash sogar die Uniform, ey Warum für Ash? Ich will für Twitch nur noch das Headgear Danach kaufe ich gar nichts mehr Du musst dir Alibis Weaponskin mal angucken, Mann Ich weiß nicht, ob ich mir alle kaufen soll, Mann Egal, ich geh erstmal weiter Ich geh erstmal weiter Kauf mir einfach Nochmal acht Packs Acht Packs, ja Ja, 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 ja Ja, 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 aufmachen Loll Fuckin' Kaid In Headgear Oh, das Gold ist Für Maestro in Headgear Oh, und das ist nice Für Mayrick, das Headgear Junge, achte mal drauf, was der im Mund hat, Digga Er ist Legion 2.0 Der Bastard Ich denke, er ist Legion User joined your channel Armin, sei mal hier Ja, Classic TeamSpeak ich time gleich aus Achso Wow Junge, ich will nur Twitch headgear User in your channel timed out Ja, Twitch headgear Das war's Noch ein Pack, oder was? Okay Geil Rooks Headgear wär auch cool, aber Junge, das ist G-Boy at 2.0 Kapital sieht aus wie ich, alter Mit den Locken Das hat Julian auch gesagt Nur das Problem ist Also sieht geil aus, aber wenn du um die Ecke piekst, dann sehen dich die Leute früher Die bin scheiße Ups, Junge, was ist das? Das ist voll anders Oder? Du bist anders Junge, I think Oh, ich hab einen Aber hier unten Fuck Der Modus Er liegt, er liegt Er liegt Ja, ja Wo zusammen gehen und dann alle drei Nades in eine Richtung werfen Wir kriegen bestimmt Ergäste Das reicht uns nicht Das reicht uns nicht Das reicht uns nicht Nice, das Insta Bild Gibt Feuer Boss G only Alter, wann bin ich so langsam? Ich dachte, alles ist hier 3 Speed Yo, das war eine Boss G, glaube ich Ich weiß nicht, was eine Boss G ist Ah, ich hab mich hier Der sagt mir, der hat aus der Hüfte geschossen Junge, warum? Junge, sind ihr behindert oder was? Wir sagen Hipfire Junge, ist das Hipfire? Was ist da, der Hipfire? Der Hipfire nicht Jungs, jungs, kocht mal eure Granate und wirft die jetzt alle in die Mitte Wo ist die Mitte? Da Bist du in die Mitte nicht? Bei Food da Oh, lol, einer Nice Siehst du was wie COD damals? Nuketown, Alter Ja, Mann Komm, mach Ace Ich such den Bastard Ace, Ace, Ace Ace, Ace Ace, Ace Er kam mit seinem Nacken Die kämpen aber auch nur, Mann Boah Warum kämpen die hier alle? Ich verstehe es einfach nicht Doch, Junge Das ist, ohne Scheiß Just, den Spot musst du dir merken, weil da sitzt immer einer Jede Runde, in die ich gespielt habe, sitzt da einer In jeder Ecke sitzt einer, das ist doch ein Joke Die kämpen alle, die sind voll behindert Durchs Fenster, durchs Fenster, links Durchs Fenster Wuuu Yes Junge, der ist einfach klar Oh mein Gott, den kriege ich Ich kriege ich Nein Ah Lol, mach ihn nicht reinknichten Ja, da wollte ich durch Guckt mal den, guckt den Scheiß jetzt mal an Da Haha Lol, da war einer die ganze Zeit Ja Nice Rob, bitte Geh in dein, geh in Der baitet dich Haha, ne Und Dropshot Ja Das war soo gut Jein Bei meiner Sensibilität Haha Wie oft musst du die Maus abheben und wieder aufs Maus fällt Zweimal Grab a Top Gang Woher kenn ich diese Grab a Top Gang Ha, einer ist da unten, einer ist da unten Hinter, hinter, hinter Guck an der AFK Woh Scheint nicht mal das der AFK, Dude Die Schildkröte, die Schnappschildkröte Lol Und hier Alright, Boy Just you and me Haha Hehehe Alright, Boys Kriox Kite sieht voll traurig aus, Alter Das reicht uns nicht Das reicht uns nicht Das reicht uns nicht Woher kommt das? Kennst du das nicht? Nein The Brazilian Blade Gravel Top Ah The last FPD buckled up The last FPD buckled up Hehehe 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 Oh man, Alter Wie knapp Hehehe 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 Komm Marvin, wir setzen uns jetzt alle in diese Ecke Und ich sag dir, wir gewinnen Alle mit Revolver in die Ecke, okay? Ab in die Ecke In die andere Ecke In die andere Ecke Alle rein Alle in die gleiche Ecke Oder es gibt Schläge Von hinten Hol die Schlampe Dann darf nicht rausgehen Na ja, er kämmt Er kämmt da Ich wollte den Dropshotten Da, genau da Links Links, links, links Oh Was? Gravel Top Game beat the Deputies Irgendwann, der hat die Ecke geworfen Ich Oh Oh Hehehe Hehehe Oh Oh Dann hast du die Runde von da und um Tu wirst gekickt Du wirst gebannt, Alter Oh Was ist das denn da? Ah Ist einer von mir? Ja Kein Schuss hat er mich geholt, Mann Oh Junge Mach nen Kunst Flip die mal Nein Ah Haha Nein Oh Junge Nein Du bist der letzte, Komplitter Mission Komplitter Mission Komplitter Mission Nein Nein, niemand nicht Bin ich Nein Leute, er hat ihn gekillt Ja Hehehe Hehehe Er hat, er hat rumgelatscht Hehehe Er hat, die haben das denn wirklich durchgelegt Hehehe 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 Hast du im Mund gesehen? Hehehe Hehehe Als ob jemand wirklich durch den Tunnel geht Hehehe 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 Wer will sie nicht erstanden in der Ecke? Hehehe Die kämen wir alle, ne? Hehehe Wer will sie in der Mitte, nate, da wo die Glock ist Witter nate Hehehe 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 Ja, ich habe injured Ja Ich habe injured Hehehe 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 Ace 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 Wo ist der Letzte? Letze? Oh mein Gott Da ist der Letzte Muss ich sagen Er camped in der fucking Ecke, du verdammter Hund. Er hat den geteamt gillt, Jungs, er hat den geteamt gillt. Guckt es euch an. Guckt es euch an. Da hab ich den Dreh raus. Aua, warum brauche ich das? Da war der Ziel. Danke, der hat mir den Schick gelassen. JIT! Komm mal nur locker zu. Mach jetzt das nächste auf. Einfach nur T-Hand, ey. Komm, komm, komm. Rolltretten, 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 rolltretten. Ja! Den hätt hier Farouk, Jungs. Der ist gut. Ich kann jetzt brrrrrrrr machen. Junge, wenn du locker damit um die Ecke pikst, dann erschreckst du dich so krank, ne? Ich mein, Adrian sieht auch cool aus, aber brrrrrr. Sieht auch cool aus. Pack auf den zweiten Account. Gimme. Gimme. Yes. Ja! Oh mein Gott, ich krieg das Beste, was man bekommen kann. Einfach. Von Twitch, den Headgear. Nice. The Law and the Graveltop Gang Never seen light out. Kill in drei, zwei, eins, tot. Oh mein Gott, war das perfekt getimed. Oh shit. Ey, hier ist einer down, Jungs, hier ist einer down. Wollt ihr irgendwas mit dem machen? Ja, ich will kommen, warte, ich komm, ich komm, ich komm. Und wir bauen Schilder um ihn. Komm, komm, komm. Schilder? Welche Schilder? Wie gehen die das hier? Mit Schilder setzen. Mit Wann? Seitdem. Was? Knall ihn ab, Digga, knall ihn ab. Oh. Nein, lass ihn down, lass ihn down. Oh. Hier über mir. Ja. Ja. Ja, links. Haha. 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 Ist sie schnell, alter. Oh mein Gott. Was? Was? Julian! Haha. Schnell, alter. Was? Was? Wie kann ich aus der Hüfte doch nicht treffen? Leute. Was macht ihr? Leute. Ich bin genau neben ihn. Es ist ein richtiger Retard. Jungs. Ja. Warte. Haha. Sie sind? Er hat mich gefüllt. Haha. Gehört euch das. Gehört euch das. Haha. Oh mein Gott, ey. 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 Oh. Oh mein Gott, ey. Oh thate. Oh too. Oh, oh. Oh. Oh, oh.